Willkommen zu einem neuen Part Animal Crossing. Ich habe hier noch meine komische Maske vom Bohnenfest auf, weil das war das letzte was ich gedreht habe hier. Und das ist auch wieder ein Video nach der Gamescom. Ich hatte davor keine Zeit mehr irgendwas aufzunehmen. Ich hatte den Part 50 vorproduziert und währenddessen hatte ich aber leider keine Zeit zu spielen. Deswegen habe ich auch nur den 9.8. Also ich habe nicht das richtige Datum, das wollte ich damit sagen. Und ja, ich hoffe das ist kein Problem. Ich werde das natürlich wieder bald nachholen, aber ich hatte jetzt keine Zeit vor dem Aufnehmen das richtig zu stellen und ich glaube mir das stört jetzt eigentlich nicht so sehr. Jedenfalls die Gamescom ist vorbei. Es war eine coole Zeit. Traurig war halt, dass ich meine Kamera verloren habe. Und ja, auf der Gamescom ist es halt so üblich, dass viele ihren 3DS mit haben. Und dann trifft man halt auch viele Leute per Streetpass und das ist bei Animal Crossing ja ganz cool, wenn man das Musterhaus, äh Musterdorf voll bekommen kann. Deswegen will ich jetzt auch gleich mal dahin gehen und mir ein paar Musterhäuser anschauen. Also diese Folge geht heute darum, mal die ganzen Musterhäuser der anderen Leute, die ich da so getroffen habe, anzuschauen. Und ich wollte mir gerade anschauen, was denn so gewachsen ist von dem, was wir hier gepflanzt haben. Sieht eigentlich ganz cool aus. Aber ich glaube... Oh ne. Ja, eigentlich sieht es ganz cool aus. Wir müssen dann mal schauen, ob da hier auch alles klappt mit dem, was sie so geplant haben. In den Kommentaren hat jemand geschrieben, dass das nicht gehen würde. Ähm, ich weiß nicht. Da müssen wir einfach mal schauen, wenn es soweit ist. Ansonsten kann man ja sowieso noch mal was umpflanzen oder umbauen. Wir schauen mal. Aber jetzt geht's ins Musterdorf. Äh, ein Moment, Mini Molly. Möchtest du dich im ADSH Mustertop umsehen und ob? Selbstverständlich. Bitte immer hier entlang. Yay. Vielleicht hat ja jemand einen Luftballon oder so. Das wäre cool. Also man kriegt die Eintops ja erst, wenn man sich öfters getroffen hat. Ich glaube jetzt nicht, dass ich mehrere Leute auf einmal gleichzeitig getroffen habe oder so. höchstens meinem Bruder oder meiner... Ich habe ja drei 3DS. 3DS, ich weiß gar nicht, ob das die Mehrzahl ist. Und da habe ich einen Luftballon. Das ist nämlich mein Charakter aus Rainbow. Und das wollte ich gerade erklären. Also ich habe ja drei 3DS und die hatte ich alle mit. Und die hatte ich auch alle an. Von daher kann es sein, dass ich die Charakter öfters getroffen habe. Und von daher könnte es auch sein, dass ich einen Luftballon bekomme. So, ja. Ich weiß, dass wie das funktioniert. Das ist ja nicht mein ernstes Animal Crossing. Du brauchst es mir nicht erklären, Moritz. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Oh, der redet aber viel. So, hier. Das ist nämlich mein Charakter aus Rainbow. Und wir kriegen direkt einen Hasenluftballon. Yay. Ich bin Jasmin aus Rainbow. Mein Haus steht hier. Oder westen12acnhilf.de. Minimoli. Yay. Und 15. August 2016. Schauen wir mal das Profil an. Da kann ich ein bisschen mit meinen Medaillen angeben. Das ist halt mein Bürgerpass aus Rainbow. Hier ist die Schlummeranschrift aus Rainbow. Viele fragen mich ja auch danach. Hier ist sie. Schreibt sie euch auf oder macht einen Screenshot, was weiß ich. Und das sind meine Medaillen. Ich habe auf der Gamescom nämlich fleißig versucht, hier die Goldmedaille zu bekommen. Ich glaube, ich habe es nicht erreicht. Ich muss dann auch mal schauen. Aber, ja. Mir fehlen eigentlich jetzt nur noch hier. Das musste ich noch mal ein bisschen optimieren. Unkraut zupfen. Ich habe ja so wenig Unkraut, weil ich ja die Schönheitsverordnung, heißt es schön, Sauberkeitsverordnung habe. Ein bisschen mehr tauchen. Angeln war sowieso noch nie so mein. Deswegen habe ich da nur Bronze. Das ist die einzige Bronze-Medaille, die noch Bronze abzeichnet, das noch da ist. Dann hier das noch und das Medaillen, Insel-Medaillen-Abzeichen. Ansonsten habe ich alles auf Gold. Und, ja. Naja, das Spiel gibt es ja auch schon seit drei Jahren. Deswegen ist es eigentlich nicht mehr so besonders. Und dann markieren wir mal direkt das als Favoriten. Viele haben mir auch gesagt, sie würden sich mal gern ein Rund... Ähm... Wie sage ich das? Ein, ein, ein... Okay, ich habe mein Muster doch doch nicht ganz voll. Da fehlen noch ein paar, sehe ich gerade. Äh, eine Hausbesichtigung wünschen von Rainbow. Ähm, ich glaube, das mache ich jetzt nicht in dem Video, weil wir in dem Video sowieso viel zu tun haben. Ich mache das nochmal in einem separaten Video. Und dann schauen wir mal schnell rein. Ich weiß auch nicht, ob ich es schaffe, in jedes Haus reinzugehen. Ich glaube, ich gucke mir nur die Häuser an, die von außen auch vielversprechend aussehen. Zum Beispiel das hier... Ja, sieht wie ein normales Wohnzimmer aus. Ähm... Ich werde das dann privat mal alles abklappern. Ich will euch jetzt nicht langweilen, indem ich einfach hier das Haus zeige. Ich glaube, das ist dann doch nicht so interessant. Hier das Haus ist zum Beispiel ganz klein. Obwohl das dann außen echt süß aussieht. Da können wir mal reinschauen. Und... Die Eisserie. Okay, ich muss ein kurzes Pause machen. Jetzt wieder zurück. Und jetzt schauen uns die anderen Häuser noch an. Also zum Beispiel so ein kleines Haus, da lohnt es sich nicht reinzugehen. Ich weiß es nicht. Das ist halt so blöd von außen zu beurteilen, ob das Haus von innen gut aussieht oder nicht. Ähm... Ach ja, das ist ja... Ist ja das Haus von mir. Da gehen wir nicht rein. Da werde ich nochmal ein separates Video machen, wie gesagt. Ah, das Haus sieht auch cool aus. So wie so ein deutsches Schloss. Generell, ich finde dieses mit den Holz-Dings sieht immer so... Keine Ahnung, deutsch aus. Das Haus sieht nämlich richtig cool aus von innen. So eine kleine Leseecke. Also das finde ich... Wie gesagt, es hat ja nicht einfach nur so eine Möbelserie, sondern halt irgendwie... Da hat sich jemand was dabei gedacht, als er das Haus eingerichtet hat. Hier eine Küche. Auch cool. Und ja, wie das funktioniert mit dem Streetpass und dem Musterhaus, das ist ganz einfach. Ihr müsst einfach zu Moritz gehen, sobald ihr bei der Akademie Schönen Hauses seid. Und ihm dann... Also davor sind da so komische Pfeiler, da kommt ihr nicht durch. Aber wenn ihr euch dann eingeschrieben habt... Ah, ein cooles Bad. Oh, mit einer schönen Oase. Also sobald ihr euch dann eingeschrieben habt, kommt Moritz. Und da müsst ihr mit ihm reden. Dann aktiviert ihr Streetpass. Und dann macht ihr das Spiel aus. Oder, keine Ahnung, ihr spielt auch. Das geht auch. Und macht auch ein wichtiges Teil, dass das DS an ist. Der DS muss an sein. Auf jeden Fall, sonst funktioniert das nicht. Ihr klappt den zu, zum Beispiel. Dann spart ihr Strom. Und dann lauft ihr rum. Und wenn ihr dann jemandem begegnet, der auch seinen 3DS an hat, dann tauscht ihr währenddessen so Daten aus. Und unter anderem auch die Daten für Animal Crossing, wenn ihr beide das aktiviert habt. Und dann kommt ihr halt gegenseitig in die Musterdörfer rein. Das ist ganz cool. In Rainbow habe ich nämlich das Musterdorf schon ganz voll. Hier fehlen mir noch ein paar Häuser, aber das finde ich nicht so schlimm. Es sind ja schon einige. Also einiges ist ja schon zusammengekommen. Und das hier ist, wo wir jetzt gerade sind, erst ein Teil von drei, die es zu entdecken gibt. Weil hier, ich kann euch das mal zeigen. Hier ist noch ein Teil. Und hier. Also relativ viel. Das Haus sieht auch cool aus von außen. Ihr merkt vielleicht, Schlösser ziehen mich irgendwie so an. Ich finde, das ist irgendwie eine der schönsten Außenfassaden. Ui, das sieht da ein bisschen ähnlich aus wie bei mir in Rainbow. So eine Ruhmeshalle. Und Königin und König. Uh, cool gemacht. Aber da kommt man nicht durch. Das ist wohl privat. Richtig cool gemacht. Also ist der so ähnlich wie bei mir in Rainbow. Also nicht ähnlich, aber von der Idee her sollte er dasselbe darstellen. Und hier auch noch so ein Hausmädchen, das gerade putzt. Also manche Häuser sind immer richtig süß eingerichtet. Und hier ist ein Entspannungsort oder Badezimmer mit einer goldenen Toilette. Auch sehr süß gemacht. Ich finde, da könnte man das noch ein bisschen besser machen. Aber das Zimmer ist, glaube ich, nicht fertig, weil es auch noch nicht ganz ausgebaut ist. Und hier die Königliche Bibliothek. Und noch ein kleines Studierzimmer. Und hier, cool. So hinter der Ecke kann man sich so verstecken. Ja, richtig cool. Oh, noch hier zum Zeichnen. Also das hier finde ich richtig cool gemacht. Mit dem Apfel, der da draufsteht. Und dann hier das Design. Also das Haus gefällt mir schon sehr gut. Aber ich will mich jetzt nicht so auf ein Haus konzentrieren. Wir gehen auch noch mal in die anderen, weil wir haben noch viele vor uns. Und wir haben gleich die Hälfte der Zeit schon vorbei. Ich will die Folge jetzt auch nicht überziehen. Vielleicht könnt ihr ein paar Inspirationen bekommen für eure Häuser. Also ich bekomme hier auch Inspirationen. Wir gehen noch in eins hier rein. Dann gehen wir in dieses. Das sieht eigentlich auch von außen ganz cool aus. Halloween. Auch cool gemacht. Ich finde diesen Knochending so witzig. Man könnte da auch so einen Friedhof von innen machen. Also so eine Horrorstadt kann das eigentlich ganz gut gebrauchen. Okay, hier scheint es noch nicht so ganz fertig zu sein. Hier stehen einfach nur fünf Pflanzen. Und gehen wir nochmal hoch. Und dann gehen wir auch nochmal raus. Okay, das Haus. Ich will jetzt nicht sagen, es sieht nicht so gut aus. Aber es ist halt normal. Nicht so wie das Haus eben gerade, was mich so begeistert hat. Das fand ich nämlich richtig cool. Also ja, wie gesagt, wenn sich Leute einfach noch immer was dabei denken, wenn sie ihr Haus einrichten, finde ich das immer noch schöner. Also wer klasse einrichten kann, ist wie gesagt, Hanne. Also da habe ich einfach so Respekt vor. Sie macht ja auch immer die schöner Wohnen, wenn wir keinen eingesendet bekommen im Weltenblatt, im Wochenblatt. Und sie ist sehr kreativ dabei. Aber ich finde sowieso in Happy Home Designer kann man das nochmal ein bisschen besser machen als in Animal Crossing New Leaf. Vielleicht kommt ja irgendwie, im Herbst kommt ja ein großes Animal Crossing Update mit den Amiokarten. Vielleicht kommt da auch irgendwie was rein, dass man das Einrichten noch ein bisschen optimieren könnte. So wie bei Animal Crossing Happy Home Designer. Oh, hier ist alles blau. Auch cool gemacht. Und hier hat jemand wohl bei Ostern ziemlich abgesahnt. Und beim 1. April, weil da hinten waren auch noch ein paar Bewohnerfotos. Hier nochmal schnell reingucken. Alles Gold. Keine Ahnung, also ich finde, sie hat es zwar schön gemacht, oder er, nee, das ist nur sie, glaube ich. Ja, nur sie, Marina. Aber irgendwie ist das ein bisschen zu voll gestellt. Keine Ahnung, das finde ich dann, wenn es zu voll ist, auch nicht mehr so schön. Aber jeder hat seinen eigenen Geschmack, das soll ich auch nochmal betonen. Ich sage das jetzt nur aus meiner Meinung und ich gebe nur ein paar Tipps, was ich persönlich schön finde. Und ja, jemand anderes findet vielleicht was anderes schön deswegen. Weil es gibt auch Leute, die mal gesagt haben, dass sie es so blöd finden, dass ich beim Weltenbumler immer so viel kritisiere. Aber das meine ich ja gar nicht böse. Ich möchte ja nur Tipps geben. Und dann können die Leute sich ja auch verbessern. Oder halt nicht, weil es ihnen so gefällt, wie es ist, weil sie halt einen anderen Geschmack haben als ich. Deswegen. Ich meine das nie böse, also nicht falsch aufnehmen. Ah, das ist ganz witzig, aber leider noch so leer. Aber ich glaube, das sollte hier ein japanisches Haus, wenn auch von außen, hat das schon ein bisschen so ausgesehen. Aber ist wahrscheinlich auch noch nicht ganz fertig. Ja, wahrscheinlich noch nicht ganz fertig. Dann gehen wir mal wieder raus. Vielleicht gibt es ja gleich nochmal so ein richtig Wow-Haus, was mich so richtig begeistert. Wie eben gerade das. Das fand ich nämlich wirklich cool. Oh, das sieht auch vielversprechend aus. Da können wir uns vielleicht auf was japanisches einstellen, aber nur vielleicht. Oh, ja, das ist richtig schön gemacht. Alaska aus Steff. Ich kann ja mal schauen. Die spielt auch schon ziemlich lange. Von daher kann man ausgehen, dass sie ein sehr schönes Haus. Und, oh mein Gott, sie hat die goldene Street Pass-Medaille versucht. Also, ihr Haus ist auch richtig schön gemacht. Sehr schön. Also, das... Ich kann nur sagen, schön. Oh, das ist so ähnlich wie bei mir hinten. Also, nicht ähnlich, aber... Oh mein Gott, das Haus ist noch schöner als mein Haus, finde ich. Ich speichere das sofort als Favoritin ab, weil das ist wirklich cool. Achso, ich kann da jetzt draußen als Favoritin speichern. Hier eine kleine Küche. Wobei ich sagen muss, der Sushi-Dings-Dings-Bar... Keine Ahnung, wie es heißt Sushi-Bar... Passt nicht so rein, weil alles andere ist so altmodisch. Und die Sushi-Bar ist eher so neumodisch. Aber trotzdem, wunderschönes Haus. Oh, wartet mal. Sie spielt seit dem 9. Juni? Vereinigte Staaten. Achso, sie kommt aus Amerika. Weil ich wollte gerade sagen, das Spiel gibt es ja erst seit dem 14. Juni in Europa. Aber wenn sie aus Amerika kommt, da ist es am 9. Juni erschienen. Auf jeden Fall, cooles Haus. Ich werde mir das auf jeden Fall als Favoritin speichern. Da kann man sich schöne Inspirationen für ein japanisches Haus holen. Vielleicht werde ich hier auch so ein schöner Wohnen machen. Weil das wird gar nicht richtig gut reinpassen. Also fürs Wochenblatt. Ein Puppen. Ah, cool. So ein Altar. Richtig cool. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, welches Haus euch am besten gefallen hat. Und... Ja, das könnt ihr mal machen, wenn ihr Lust habt. Oh, ein süßes Thermal-Part. So eine Quelle. Ich finde, hier ist alles stimmig. Perfektes Haus. Ich muss eben gerade das andere Haus, das ich mir angeschaut habe, auch noch als Favoritin abspeichern. Ähm. Oh ne, hier... Wie mache ich das denn? Okay. So. Gibt's hier noch irgendwas? Ich schau mal hier kurz. Nils. Er spielt auch schon ziemlich lange. Aber... Er hat nicht so viele Punkte. Dann gehen wir mal hier nicht rein. Wir haben nämlich leider auch nicht mehr so viel Zeit. Da will ich das jetzt nicht... Äh... Verschwenden, sag ich mal. Die Zeit. Aber es kann natürlich trotzdem sein, dass das Haus schön war. Okay, hier ist auch nicht so viel. Das Haus sieht auch nochmal vielversprechend aus. Ja, wir gehen mal hier rein. Ah, ja, das hatte ich auch gesehen bei mir auf dem Rainbow-Account, sozusagen auf dem anderen Spiel. Das Haus fand ich auch ziemlich cool. Sind zwar auch nach Möbelserien eingerichtet, aber irgendwie, ich finde, dass er die Möbel nochmal verneuert, also aufgemöbelt hat, fand ich das irgendwie ganz cool. Und er hat ja nochmal so ein paar extra Sachen reingestellt, die das noch ein bisschen aufpeppen. Aber ich glaube, die anderen Räume sind irgendwie nicht so weit. Ich gehe dann mal wieder raus. Aber auf jeden Fall der erste Raum hier, der ist cool. Wer grün mag, der sollte sich mal hier was abschauen. Dann gehen wir weiter. Oh, das Haus sieht auch nochmal cool aus. Marcel. Ich glaube, das ist doch, ja, das ist Looks Like Link, ein deutscher Let's Player. Den habe ich auch bei meinem anderen Spiel getroffen. Da können wir gerne mal reinschauen. Ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt, aber das ist schon ein sehr, sehr, ähm, ich will jetzt, also alt auf YouTube. Nicht, dass er alt ist, sondern ein alter Let's Player, weil er schon so lange dabei ist. Und ich wusste gar nicht, dass er auch Animal Crossing spielt. Als ich das gesehen habe, habe ich mich gewundert, aber mich auch irgendwie gefreut. Und natürlich heißt er in der Stadt Hyrule, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, ähm, natürlich. Und das ist richtig cool, dass er hier das mit den Fossilien gemacht hat. Auf jeden Fall. Ganz süßes Haus. Ähm, der war auch auf der Nintendo-Bühne. Und ja, ganz witzig, dass man den dann so über Animal Crossing nochmal so getroffen hat. Also sein Haus ist nicht schlecht eingerichtet. Nach Möbelserien halt normal, aber er hat halt noch so ein paar extra Möbel. Deswegen würde ich sagen, nochmal ein bisschen besser als die normalen Häuser. Das sage ich jetzt nicht nur bei Let's Player. Weil ich es wirklich ein bisschen, ein bisschen, ähm, besonderer finde. Als wenn er jetzt nur die normalen Möbelserien hingeklatscht hätte. Aber von außen wirkt das Haus auch ziemlich cool. Und dann schauen wir kurz mal, wie viele Punkte die hat. Oder er. Okay. Da gehen wir lieber mal in dieses Haus, würde ich sagen. Oh ja, die hat bestimmt was Schönes vorbereitet für uns. Ah, die nächsten Serie. Das war die erste, ne, die zweite Serie, die ich jemals komplett hatte. Als erstes hatte ich die, ähm, Ballonserie. Komplett. Ein süßes Mädchenzimmer. Und nach der nächsten Serie war das dann, glaube ich, irgendwie die Minimalserie oder sowas. Auf jeden Fall die nächsten Serie, die habe ich, ich bin jeden Tag zur Insel gefahren, um die komplett zu kompletieren. Weil ich die so schön fand. Und jetzt habe ich die gar nicht mehr in meinem Haus. Rokoko fand ich natürlich auch voll cool. Ich weiß noch, jeder wollte Rokoko haben. Das war, man konnte richtig viel verlangen, wenn man die Serie hatte. Auch ein süßes Haus, aber ich finde, zu sehr nach Möbelserien eingerichtet. Wobei sie da auch ein bisschen Extras noch mit reingepackt hat. Deswegen auch wieder ein bisschen besser als normal, würde ich sagen. Und dann gucken wir jetzt noch in ein Haus. Und dann gucken wir noch in dieses. Weil das Video ist jetzt schon ein bisschen länger, als eigentlich. Also ich mache ja normalerweise immer noch 20 Minuten Videos. Jetzt werden das, glaube ich, so 23. Aber ich sehe, das Haus hat jetzt nicht so viel Potenzial. Deswegen sage ich einfach mal, dass ich das, ähm, let's play jetzt, dass ich den Part hier jetzt beende. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dass ich mal so ein paar Häuser gezeigt habe. Und mit dem Musterdorf. Weil viele Leute haben ja vielleicht gar nicht die Möglichkeit, dass sie mal ins Musterdorf gehen können. Und so viele Häuser sehen können überhaupt. Deswegen, ich habe es euch gefallen. Und wenn es euch gefallen hat, gebt mir bitte einen Daumen hoch. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, dann abonniert mich. Und wir sehen uns beim nächsten Part. Tschüss! Tschüss! Bis zum nächsten Mal.